Do you remember Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner OneFootball unterstützt. Also, holt euch die! Hallöche, meine Lieben! Ich hoffe, euch geht es super! Ich bin super schwul! Moin, Leute! Oh! Oh! Ihr habt ja scheinbar eine Nachricht bekommen! Ist ja auch nicht selbstverständlich für YouTube! Meine Fresse! Leute, ich weiß auch nicht, was mit YouTube los war in den letzten Tagen. Wartet, ich bekomme gerade einen Anruf. Hallo? Hallo, hier spricht YouTube und wir haben in deinen Vorgarten geschissen und aus deinem Hund Ente süß-sauer gebraten, wie dumme Hurensohn. Leute, derzeit spinnt YouTube einfach mal komplett rum. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt heute dreimal ein Video hochgeladen und es wurde kein einziges Mal bei mir auf dem Kanal angezeigt. Schon nice, oder? Also, dafür machen wir doch YouTube! Dass unsere Scheiß-Videos nie in der Abo-Box angezeigt werden! Meine Fresse! Ist das nervig! Jedenfalls! Liebe Leute! In meinem Heimatdorf ist wieder ein Eklat passiert! Kriminelle Vandalisten haben unsere Eisfläche zerstört! Die Fahndung läuft auf Hochtouren, wir werden euch finden und umbringen! Die gehören hinter Gittern! Ihr müsst euch vorstellen, Freunde, bei uns in der Scheiß-Dorfzeitung steht quasi gar nichts drin, weil es halt komplett langweilig in unserem Dorf ist. Unsere Stadt hat jetzt einfach so einen See gebaut, so 10 cm tief oder so, wo du halt Schlittschuh fahren kannst. Das ist übel nice! Und irgendwelche Huren-Söhne, äh, Entschuldigung, irgendwelche Jugendlichen, irgendwelche Typen haben da einfach Steine drauf geworfen und haben diese Eisfläche kaputt gemacht. Man denkt sich so, ja, unter Umständen kann das schon mal in so eine Scheiß-Dorfzeitung kommen, aber eigentlich ist das ja voll dumm, das in so eine Zeitung zu drucken, weil ist halt komplett lustig für die, die es kaputt gemacht haben, wenn das dann in der Zeitung landet, so, ne? Damit gewinnt's ja nix, sondern damit pinkelst du dir ans eigene Bein. Ja, und was hat sich unser Dorf gedacht? Die haben das aufs Titelblatt gedruckt! WTF! Aufs Titelblatt! Junge! Ey! Da hat dann wahrscheinlich irgendein Zwölfjähriger oder so, hat da einen fucking Stein drauf geworfen, und dachte sich so, hm, ist bestimmt lustig, ne? Und, Digga, die drucken das aufs Titelblatt, als hätte er irgendwie die Schule angezündet oder so. Ey, voll krank. Meine Fresse. Was geht ab, du Bauer? 1HP Gamer! Dieser Dance-Boof ist für dich! Ja, war für all die Leute, die immer nicht geglaubt haben! Wuhuuu! Yeah! 50k-Pack! 4 Mega-Packs! 1 seltene Mega-Pack! 1 seltene Mega-Pack! Prime-Electrum-Spieler-Pack! Seltene-Electrum-Spieler-Pack! Und Jumbo-Premium-Gold-Packs! 2! Okay, Leute! Vorbeschletter-Packs! Oh! Oh! Premium-Gold-Spieler-Pack! Bitte, 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 bitte! Oh! Okay, Digga! Jumbo-Premium-Gold-Pack! Mission! Bitte, 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 bitte! 6 seltene Gold-Spieler! Oh! 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 Schlitz! Es gibt sie! Mandzukic! Jumbo-Premium-Gold-Spieler-Pack! Walkout! Ja! Info-Walkout! Oh! Alter! Oh! Ich dachte immer P! Nee! Oh! Ach du Scheiße! Ich hab noch nicht mal einen Schlitz gezogen! Jesse-Linker! Ja! Pai-Yay! Zehne-Spieler-Pack! Huu! Och, maaaan! Fucking Baumann, alter! Mega-Pack! Oh, ne Jahrstein, alter! Du darfst ja nicht Jahrstein! Hater! Ach du Scheiße! Fucking Lopez! Letztes Mega-Pack! Leute! Letztes Pack! Och, maaaan! Du Scheiße! Ich hab noch nicht mal'n Splitz gezogen! Hey! Alles klar Leute, wir machen jetzt die super geile Mentos Coca-Cola Challenge, okay? Ich packe mir jetzt Mentos in den Mund und trinke dann so viel Cola, wie ich kann. Und dann werde ich den heftigsten Rülpser meiner Karriere als YouTube-Rülpser raushauen, okay? Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich explodiere! Ah! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Alter! Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert Nebelnick für einen leckeren Penis auf der Stirn von eurem leere und 20 Jahre Beklug. Hoffelkopp, der Digger, ich muss richtig hart kacken in mein Bett, so dummes Einhornfbaby. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert Nebelnick für einen Daumen nach oben und abonniert Nebelnick für einen Daumen nach oben.